Wissen Sie alles im Voraus? Wie ein Komponist Töne hört, spüre ich Kräfte, die aus Gedanken und Instinkten zusammengesetzt sind, wünschen Sehnsüchten und die direkt zu mir überströmen. Als Hellseher werden Sie doch bestimmt wissen, wer im Januar Reichskanzler wird. Wissen Sie es oder wissen Sie es nicht? In dieses Spiel mische ich mich nicht ein. Also wissen Sie es nicht. Ich habe mehrmals erklärt. Parteikämpfe, kein Kommentar. Sie wagen nichts zu sagen, weil Sie befürchten, dass sich herausstellen wird, dass Sie sich geirrt haben. Wie Sie alle wissen, irre ich mich nie. Dann sagen Sie es doch! Es geht nicht. Sind Sie feige? Ich bin Österreicher, ich bin Gast in diesem Land. Nicht der Einzige. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wieso geben Sie das nicht zu? Weil ich es weiß. Sie hätten, wenn Sie was darüber wüssten, doch bestimmt längst was gesagt. Aber ich könnte doch nichts vorgaben. Reichskanzler wird Arthur Hitler. Reichskanzler wirdHN %. Untertitelung des ZDF, 2020